Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge TTT mit dem Jonathan, Brammen, dem Dardosch, dem Dalu und mir, dem Peder. Jay, was bist du? Äh, Affe. Das passt. Du hast doch gerade dieses Ding angewacht, oder? Ja und, darf ich das nicht? Ja, aber das geht ja nur ab einer bestimmten Klasse, deswegen würde ich mir wünschen, dass du mir diese Klasse nennst. Ja, Affe, ich bin Affe, ist ne neue Klasse, die hat jetzt jede Fähigkeit. Ja, das ist aber deine dauerhafte Klasse innerhalb von dem Team Pizze. Bram, bist du da fertig mit dem rumgetreten? Kann ich jetzt in den Lift? Ja, okay, danke. Ich geb da einen Bug, für dich zu Info, wenn du als Spartiana den Aufzug trittst, während der sich bewegen sollte, wirst du teleportiert. Okay, dann machst du mich gleich. Warte mal, warte mal, warte mal, lass mich mit rein, lass mich mit rein, lass mich mit rein. Nein, wenn wir uns jetzt... Peter, was war da? Ja, ich hab' ich wieder Pistole angeschossen. Wenn wir uns jetzt porten, dann würden wir stuck sein. Weil ich überprüfen wollte, ob du dieses Ding hast. Ja, okay. Aber das war ne Deadringer-Leiche, das heißt, Jay ist in, oder was? Wieso? Oder wessen Deadringer-Leiche war das? Oh, der schießt jetzt auf mich, der schießt jetzt auf mich. Ja, okay. Natürlich schieße ich jetzt auf dich, du Cresant-Engschuld ab. Ich geh runter, ich geh runter. Ja, ja, den hast du mir schon gegeben, ich hab' nur noch 73. Bin unten, bin unten, bin unten. Hat das irgendeinen Grund, warum... Das weiß ich dann nicht. Klar machst du das! Hallo? Nein! Hallo? Ich hab' nicht auf dich geschossen. Hat das einen bestimmten Grund, warum ich mir an der Leiter nicht mehr bewegen kann? Du musst springen, um da weg zu fahren. Ja, was weiß ich? Ich nicht! Liegt da irgendein Item? Ich seh' dich auch grad nicht. Na da, du hattest einer auf mich geschossen. Wow, ich hab' nicht geschossen. Nee, die Kiste. Ich hab' geschossen auf die Kiste hier. Ach. Hast dir das nicht gefallen, Peter? Er hat dich Kiste genannt. Kann man ja eigentlich den Abgrund runterfallen? Peter, Peter ist doch immer wie ein Würfel, oder? Was? Abgrund? Kann man den Abgrund runterfallen? Nein, hat keiner versucht, als wir es letztens gespielt haben. Ich dachte, du lügst doch. Das hat aber auch nicht geklappt. Nee, nee, das geht nicht. Ah ja, okay. Ich hab' schon auf die Discos gewartet. Was war das denn jetzt? Gibt's ja eigentlich irgendwelche Schalter oder so, mit denen man interagieren kann? Christian? Als Traitor? Irgendwer meinen Namen gesagt. Letzter Traitor. Äh, da wurde definitiv jemand gespielt. Okay, Jay ist auch direkt gucken gekommen. Da hat einer mit der AK geschossen. Ich bin direkt gucken gekommen. Ja, genau. Ich dachte, du wärst das gewesen. Nee. Das war jetzt so hinter mir. Da, du found of the body of Brom. Da, du ist es! Da oben! Da hat einer geballert mit der. Ja. Der ist runtergesprungen. Ach shit. Nee, der ist runtergesprungen. Hinter dir. Kleiner Scheiß-Anrad-Trader. Oh, Jackal. Nice. Hä, wer war denn dein Trader? Hä? Ich dachte erst, du knallst mich ab, ey. Äh, mit der Diegel? Ja. Ich wollte Brom gar nicht töten, aber weil wir zwei im Lift waren, sind wir dann stuck gewesen. Und bevor Brom mich einfach wegballert, hab ich geschossen. Alter. Äh, nicht einfach. Ich war da schon mit den Intentionen am nach oben kommen, dich wegzuballern, weil ich gehört hatte, dass du von da oben mit einer Starfighter runtergeschossen hast, aber nichts gesagt hast. Okay, das ist gut. Aber ich musste mich halt schnell handeln. Du hast sogar eine Sword-Aufgabe. Das ist jetzt schlecht. Alter. Irgendeiner rastet halt voll raus. Was ist hier los? Ich muss ja ein paar Kisten zerstört werden. Ich suche nur eine coole Waffe. Sind die in den Kisten? Nee, die sind da drunter. Ach so. Hier findet mich keiner. Ich hab noch keine coole Waffe gefunden. Ich zeig den Leuten mal den unteren Bereich dieser Map. Er ist sehr sehr dunkel. Oh, dadurch ist es. Aber ich hab's nicht dabei gesehen. Was ist passiert? Wenn ich Licht ausmache. Nee, genau deswegen sag ich ja. Hä? Wunderbar ist Brom. Du wurdest halt erwischt, ne? Kannst nix machen. Was hast du denn schon wieder gesehen, Alter? Moment. Hast du dich gerade verwandelt, Ron? Ist das fast hier? Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weggelaufen. Ich hab dich gerade verwandelt. Jay hat mit einer Sniper auf mich geschossen. Hab ich nicht. Ich hab gar keinen Sniper. Okay, das ist gelogen. Aber du hast auf mich geschossen. Ich hab nicht mal ne Sniper. Nein, ich hab nicht mal ne Sniper, Alter. Das ist gelogen. Ja, in meiner Sniper. Du hast auf mich geschossen. Dann lass die... Alter, was ist das denn? Holy Shit! Wann ist da jemand explodiert? Wann ist denn da passiert? Alter, hier ist jemand hochgesprungen und der explodiert? Ich werd doch den Scheißdreck identifizieren. Das ist doch bestimmt ne Leiche oder so. Ja, Jay ist tot auf jeden Fall. Ist okay Jay. Alter, ich hab mich zu Tode erschrocken. Ist Jay es? Nein! Weiß ich nicht. Kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber da oben ist doch jemand gestorben. Er war da. Hier ist auf jeden Fall ne Leiche. Die schmeiß ich runter hier. Bitteschön. Das heißt, das sind zwei Leichen. Hier ist eine Leiche hier. Bitteschön. Ich werd die nicht identifizieren. Jetzt liegen da zwei übereinander. Die ist über mir explodiert, Alter. Da werd ich nen Scheißdreck hingehen. Aua, ich werd beschossen. Von wo? Vom Turm aus werd ich beschossen. Okay. Nö. Ich hab ne Kakerlake gerade gefunden. Ich bin auf dem Turm. Hier ist keiner mehr. Oh, der Peter. Wo ist die andere Kakerlake? Oh, dadurch ist es tot. Okay. Okay, er ist nicht tot. Das könnte vielleicht sein. Oh, fuck. Oh, shit. Da ist er. Schade für den. Alter, was ist da passiert mit dem? Was ist hier? Ich hab in nem Raum gestanden. Jaja. Das war ne Traitorfalle. Alter, hab ich mich erschrocken. Die Leiche ist wirklich vor mir explodiert. Und dann liegt die Leiche von Christian. Die ist außen angeflogen. Nein, das war meine. Echt? Achso, das war deine. Du hast mich doch mit der Fahrtroggit angeschossen. Achso. Ich hab dich getroffen. Bei mir hat sich nämlich gar nichts bewegt. Gerüttelt und so. Und deswegen bin ich halt nach oben geflogen. Deswegen hab ich dich halt, hab ich halt denied, dass ich das war und so weiter. Ich hab irgendeine Traitorfalle da aktiviert, aber ich wusste auch nicht, was die bringt. Ich hab einfach draufgeklickt. Alter, ich hab mich so erschrocken. Da ist er gestorben. Nein, ist er nicht. Er lebt noch. Du hast ihn mit früher gemacht. Nein, du bist doch mit dem Dead Ringer runtergesprungen, Christian. Ja, ich weiß. Ja, gesprungen ist so ne Sache, ich wollte eigentlich die Leiter benutzen, aber... Ich hab natürlich die Chance verpasst, die Leiche anzutatschen. Ach, das ist das... Loll, ich dachte nicht, dass du das bist. Ich wollte das normale Fass hier reinwerfen. Lass das sein. Lass das sein. Oh Gott. Böser Dalu-Gard. Alter, was ist das hier immer? Wer kriegt hier immer Schaden? Ich! Warum machst du das? Kriegt ja keinen Schaden. Ich will so ne Flieger... Ach, voll. Selbsthass. Echt? 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 I see. Ich will jetzt hier einfrieren. Jetzt ist das hier schon wieder alles dicht. Oh, shit. Naja, es wäre gestorben. Im... Äh... Dingens... Im... Im... Im kleinen Haus. Wer war das? Das war bestimmt die Traitorfalle, oder? Die wer da ausgelöst hat. Da hat du nicht gesagt, hier ist nix drin? Da... Hallo? Da ist mir grade entgegengekommen, der isst! Hä, ich war auch oben. Der ist unten im Katakomben. Du hast dich in den Pool... Hast du dich als Fass verwandelt. Da stand ich neben dir noch. Wir haben eine Leiche gefunden, die ist aber nicht in dem Haus. Die ist direkt unter mir. Ich glaube, Dalu ist es. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Warum ist sie ja auch? Ich bin mit einem Tanzgun betroffen worden. Wahrscheinlich ist es dann Bram. Warum rüttelt die Fahrtgun bei mir nicht mehr? Rüttelt die Fahrtgun, Tanzgun. Schönenzing. Na gut. Sorry für dich. Melone wurde geplantet. Weißt du wo? Ja, von dir wahrscheinlich, du Ficker. Dadurch lebst du noch? Also Jay, ist es dir leid? Nee. Ich nix. Wer von euch kommt zurück? Einer. Na Peter, was ist los? Wo bist du hin? Weg. Inklusive der Leiche. Kein Freerunner mehr. Na, hast du auch nicht verdient. Also unten steht noch Freerunner, aber ich kann nicht mehr dreifach springen. Kacke. Das hast du auch nicht verdient. Wer hat denn die Melone geplantet? Wer hat denn die Melone geplantet? Warst du das oder war das Bram? Ich war das. Wo bist du denn, du Penner? Weg. Camper Joe kennt mich doch. Aber keine Credits mehr. So unlucky. Okay. Was war das, Alter? Scheiße, meine Zeit ging auf. Wusstest du, dass ich das Fass bin? Nein, ich wusste nicht, dass du das Fass bist. Dann hätte ich keine Incendary geworfen. Ich dachte, du hättest da noch nicht viel Leben. Also ist in dem Raum doch eine Trader-Falle. Eine, die du drücken kannst. Oh Mann. Eben hieß es, unten ist eine. Jaja, also das ist keine Trader. Dann ist das eine Trader-Falle. Das ist eine allgemeine Falle, wenn überhaupt. Doch, du hast aber drei, glaube ich sogar. Echt? Ich habe nur zwei als T gesehen. Doch, doch, da ist ein Trader-Falle drin. Geh einfach nicht mal rein. Wer hat mich getötet eben gerade? Wie bin ich gestorben? Da stand halt, die Welt hat mich gekillt. Ja, du bist auf den Truck oder so gesprungen, ne? Nee, ich stand hier neben dem Haus einfach nur. Ich stand daneben einfach nur. Und da bin ich explodiert. Wow. Einfach random. Also da stand halt auch niemand. Also nicht, dass mich jemand getötet hat. Also muss das eine Trader-Falle gewesen sein, oder? Was ist denn da? Auf jeden Fall komisch. Wow. Oh, wer ist in der Fernfalle gelaufen? Ich. Null. In seine eigene? Oben, oben, oben drauf. Ist er tot? Schneeball. Der Schneeball war ein Versuch auf Dardosch. Ich war echt karl. Oh, ich habe eine Sand gekriegelt, die liegt hier oben. Wurde wer erwischt vor das Sidekick-Diegel? Nein, war nicht. Oder nicht? Aber die wird dann abgelegt werden, oder? Die Sidekick-Diegel. Oder wie funktioniert das? Hallo? Alter, hier sterben gerade um mich herum Leute. Alles klar. Hast du gut gemacht. Ich kam ja nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ach, Leute, hier ist ein... Möchtest du mal Leute wegmachen. Hallo. Hast du gemacht? Einfach mal alle gekillt. Die Bärenfalle an der Stelle ist bei sobei richtig krass, weil wenn ihr auf die Tür zugeht, stirbst du instant. Ah, krass. Hier ist alles, hier kann man sich nur noch sehr vorsichtig fortbewegen. Gar nicht mehr. Hier kannst du dich ja wirklich nicht so hinbewegen, weil hier überall auch Hände von den Traitoren sind. Die konnte ich mir noch gar nicht durchlesen. Ja, wobei so viele sind gar nicht hier. Ich fühlte mich noch zu beobachtet. Warte, für die kleine Map? Nicht überraschen, Chris. So, ich würde jetzt gerne... Überraschung! ... eine Vorlage geben. Ich weiß noch nicht wem. Guck mal. Gehen wir dem doch mal hier... Guck mal da, zack. Oh Gott. Das war ein riesen Error. Loll. Anosch ist ja Rate. Karate. Jay könnte Schakal sein. Der gerade darauf hofft. Ach. Oh nö, nicht wieder random. Ich töte mich bestimmt selbst. Das wäre so... Oh! Alter! What the fuck? Ich habe gerade noch gesagt, ich töte mich bestimmt selbst. Hast du aber Glück gehabt. Oh Gott, Dalu, Jay, yikes. Heißt das, dass du Traitor bist, dass keiner auf dich geschossen hat, dass keiner die Möglichkeit gesucht hat? Wieso soll dann jemand auf mich schießen? Weil du mich angepisst warst. Weil du ja hattest. Na ja, da frage ich mich dann so... Hat dich vielleicht keiner angeschossen, weil du der Traitor bist? Oh, Dalu, 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 Dadosch! Wieso denn Dadosch? Ich habe Dalu getötet, ich habe Dalu getötet. Wer ist denn jetzt hier alles umgefallen? Ich habe hinter dir, Peter. Pass auf. Bum, bum, bum. Wer lebt noch? Confirm ihn. Jay war ja noch Sven. Peter! Peter ist ein Böser. Ja, ich glaube, ein Deathranger. Er ist ziemlich schwer gestorben. Ihr seid doch alle böse. Peter ist ein Deathranger. Ja, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ah, rechts. What? Was war da ein Leiche denn? Da hat er die Golden Eagle und du hast gehockt. Bei mir liegt die da nicht. Bei mir liegt da nur Brams. Wer war denn hier jetzt? Ah, da ist sie! Dadosch habe ich zu Unrecht bezichtigt. Dalu und Peter. Ding, 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 ding. Boah, die Karten fällt damit erwischt. Hast du die Absicht, dich durch die Container laufen lassen? Ja, ich habe geguckt, dass zwei von euch in einer Reihe stehen und dann wollte ich sie über die Map schicken. Den hast du denn damit getötet? Ich habe nur Jay ausweichen lassen mit einer Chance. Ich wollte sie halt nicht im Nahkampf nutzen, aber ich wollte es versuchen. Ah, Dadosch aber Glück gehabt, ey. Wenn ich Traitor gewesen wäre, hätte ich dir so eins in die Ömmel gegeben, ey. Das glaubst du mal. Löse jetzt jeden Mordfall. Ich habe den DNA-Skinner. Okay. Ja, den will ich doch nicht. Ich habe doch nichts gemacht. Bist du Detective? Nein. Da gibt es doch bei einem der Klassen auch. Dadosch, was hast du gerade gesagt? Hier wurde geschossen. Dadosch ist Traitor. Ja. Das ist korrekt. Dadosch ist wirklich... Pfff. Also, Peter, komm. Reflexe, ne? Und so? Nein. Dadosch ist wirklich Traitor. Wo ist der denn? Oben an der Leiter. Okay. Komm du nicht auch noch mit dir schon. Jay ist der andere. Nein! Okay. Doch, Jay ist der andere. Ja, ich habe den... Was habe ich denn? Sorry, mate. Na, so. Ich habe einen Radar. Ja, okay. Hinter dir... Ich sage ein Fass. Ich habe eine Kanalisation hier. Ich weiß es nicht noch mehr. Easy, 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 fast. Ist der unsichtbar? Was? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Ich will da nicht runtergehen. Wer fehlt denn überhaupt noch? Peter, der ist dahinten Kanalisation rausgekommen. Ah, ist da rausgekommen. Okay. Loh, was? Ach komm, ey. Nice lan. Nice lan. Dadosch hast du mich gekillt. Genau, mich auch. High five. Ich bin instant am Anfang der Runde gestorben. Also, ich hab nicht eine Sekunde gelebt. Hast du ne... Hast du ne Kombulator am Anfang der Runde... Ach so, ja! Ja, ich habe die direkt nach dem Start geschmissen. Ne, die musst du ja schon vor dem Start geschmissen haben. Also, es war... Ich weiß nicht genau den Timer. Aber ja, ich habe eine direkt am Anfang geschmissen. Eieieieiei. Ich habe euch beide getötet. Wir haben uns beide random getötet. Wow, okay. Das war natürlich so nicht gedacht. Ich habe sie halt einfach nur hochgedacht. Nein, das war genau so gedacht, heißt das. Ja, okay. Ich wusste, dass ich Traitor bin. Genau. Wollte halt natürlich die stärksten Spieler raus haben. Ich will auch nicht ins Wasser. Hu! Ich habe jetzt auch den DNA-Scanner und den Newton-Launcher. Fuck. Der DNA-Scanner hat mir gar nichts gebracht. Dadurch fragte direkt, wir schießt. Und dann war alles klar. Ja, das stimmt. Ich hab nicht gesagt, wer schießt. Ich hab gerade in die Ohrde geschossen. Ich glaube, Bram ist gerade gestanden. Habt ihr das nicht sehen? Der ist da gegen die Unsichtbaum hat gefolgt. Ja, aber der wurde schon wieder von der Disco gekillt. Der wurde schon wieder von der Disco gekillt. Nee. Jay, was hattest du gerade in der Hand? Wie geil ist das? Ne Diegel. Weil ich ne Diegel in der Hand habe, in meinem Inventar. Was? Das klingt aber ganz schön fake. Ne Diegel, Diegel. Schieß mal auf Peter da mit. Ja, ey. Das war ja nice. Teleport, Alter. Wieso? Warte mal. Wer soll jetzt nicht schießen? Ja, okay. Nimm ich. Der Bram ist tot. Du Ficker. Wieso bin ich denn jetzt so ein Ficker? Weil ich denn die Diegel... Ja, weil du mir die Diegel gezogen hast. Ey. Die hast du ja hingeliegt. Aua. Aua. Christian ist Traitor. Hinter dem Haus. Ist jetzt... Ja, er ist nur Dead Ringer. Vor mir. Christian ist einmal tot, kriegt aber noch Backup von... Peter. Ja. Mein Gott. Jetzt geb ich dir die Diegel und dann kommt nicht mal ein Headshot dadurch. Ey. Was kannst du eigentlich? Da war ein LKW dazwischen. Was kann ich denn dafür? Was kannst du eigentlich? Dich töten. Wow. Ja. Gleiche Diegel. Ich hatte keine Diegel. Die Disco. Äh. Ja, aber ich war doch unten. Oh fuck. Ja, weil du bist so krass oben, oben nach oben geflogen, dass du gegen so ne unsichtbare Wand gehauen hast. Ja, ich weiß. Aber ich frag mich halt, wie ich nach oben geflogen bin. Also weil... Hm? Ne? Ach, du warst unten im... Ich stand unten am Pool. Ne, am Pool stand ich. Ja, genau. Und du bist am... Du bist vom Pool hier oben irgendwo gegen geflogen. Ja, aber da weiß ich halt nicht wie. Und dann hier oben oben geklatscht. Das ist ja lustig. Also das... Ich weiß nicht wie das funktioniert. Also warum das passiert ist. Vielleicht war die unter dir? Ja, ich geh dann manchmal. Aber dann... Aber im Pool hat sich keine gelegt. Bist du ja auch schuldig. Bist du wieder Betrüger. Das ist doch kacke. Betrüger ist nix. Ey, wieso schießt du da hinter mich? Das ist der Newton Launcher. Ja, ich weiß. Das ist der Newton Launcher. Ja, ich weiß. Aber das macht man so. Das hab ich bei euch so gelernt. Ja, genau. Und das will ich den Leuten jetzt mal ein bisschen austreiben. Ne, sehr gut. Ja, okay. Aber das kannst du doch da einfach nur sagen. Ne. Jonathan. Ich spreche mit Waffen. Ich spreche mit Waffen. Ich spreche mit Waffen. Ich spreche mit Waffen. Oh. Was du da richtig schöne Bären... Ja, hast du hier eine schöne Bärenfalle hingelegt. Ja, aber es kann da reingelaufen. Aber du bist nicht reingelaufen. Schade. Was denn? Dadosch, so nicht. Okay, alles klar. Ich glaub das nie wieder machen. Das hat sich direkt eingebürgert. Okay. Okay, ich hör's auf. Ich glaub ich hab da ne gute Vorlage. Ey! Wahrscheinlich. Oh nein. Ich schieß nicht auf dich. Jetzt will ich auch noch mal von ihr damit schaben. Da gab's doch ein Messer-Sound. Jay sucht mich als leichtes Abfall. Ich hab noch wenig AP. Jay's... Ey, die... Da gab's doch ein Messer-Sound. Unten wahrscheinlich, Bam und Jay. Ach ja. Ne, die leben bei mir. Ich schmeiß jetzt ne Komp. Jay ist hier oben. Ich schmeiß ne Komp. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh nein. Das sind alles böse. Ich trau mich jetzt nie wieder zu schießen hier. Kommt jetzt gleich der Zug des... Ist der Züge da da? Äh, Dalu? Oder weißt du was? Leider nicht. Bram, du Arsch! Bram hat mich abgeschossen! Ja, das ist... Die Punishment gewesen. Moment, Dalu ist an Bram einfach vorbeigelaufen dann. Oh Gott! Ach komm, kam grad der Zug. Du warst das, wa? Jo. 할ts? Third to Us- ao Siroth! Ist noch ein bisschen... Oh nein, oder? Ohh! Boah, du ist das Fenster, Dul. Bram, ey. Du bist jedy gesturben. Du bist echt nie gestorben, ey. Ich war einmal tot. Nee, das war nicht random. Nee, nee, ich war tot. Das war anders wie gewollt. Nur weil du pisst warst? Du hast den doch hingekriegt. Da hat er schon mal an. Nee, das ist wie Christian. Ich muss halt austreiben. Du hast sogar mitbekommen, dass einer erstochen wurde. Ich wurde erstochen von Daniel. Da fällt er gerade mit seinem Rest. Ja, ich wusste nicht, dass es das Haupt davon ist. Das geilste war Peters Reaktion. Peter rennt in seine düstere Ecke, dreht sich um und sagt nur so, hey, hey. Ich war ganz überrascht von dieser Unverfrorenheit, mit der du mich da einfach weggeballert hast. Ich würde gerne noch einmal festhalten. Bram möchte ausmerzen, dass wir die Jägerfallen einfach irgendwo hinlegen. Okay. Bei dir, ja. Bei mir? Okay, aber du durftest die oben auf dem Fahrstuhl legen, wo du selber gestorben bist dran, oder was? Das war meine wohl. Das war seine dort oben beim Fahrstuhl, wo er gestorben ist? Nein, das war meine. Piu, piu. Aha, ich versuche hier jetzt gerade zu labbern. Da, du. Was denn? Peter, du Ficker. Ich hab nicht ge- Peter schießt auf mich. Ja, du. Ah, Peter hat was gedroppt. Ich war da eben auf ne Bombe. Ach, war das Peter? Hä? Hey. Peter hab ich und war Trader. Dadurch, äh, Afno. Nein. Dadurch hat mich Amaterra suht. Könnte es sein, dass er wiederkommt. Spring in den Pool. In den Pool springen? Alter, dann kannst du doch, du bist der 1. Du solltest nur zu mir kommen. Alter. Okay, das war eine sehr, sehr schnelle Runde. Letzte Runde. Aber nichtsdestotrotz eine letzte Runde. Und damit hat gewonnen Christian. Christian. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber sieh, aber sieh. Der Steppke. Und verdient unverschmied. Gewonnen hast du trotzdem. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Hallo gesagt. Hejvs.